Guten Morgen, Goldie. Ich bin geil. Und ich lebe in Free City. Ich habe alles, was ich brauche. Bis auf eines. Hey! Entschuldigung, hey! Hey, Buddy. Denkst du manchmal, es gibt mehr? Mehr als was? Als das, was wir Tag für Tag so tun? Das denke ich genau nie. Dieser Tag wird anders, Goldie. Was genau gucken wir uns an? Wer bist du? Wir sind uns neulich begegnet. Wie hast du mich gefunden? Ich habe gewartet, auf der Straße neben dem Killer zu. Guy, ich muss dir etwas sagen. Und ich sage es dir nur ungern, aber diese Welt ist ein Videospiel. Ich will dich wirklich küssen, ist das blöd? Hör mir zu, du bist nicht real. Warte, wer hat dich geküsst? Guy! Die Funktion gibt's gar nicht. Oh, die Funktion hat er gefunden. Buddy, wenn wir nicht real sind, mach das alles, was wir tun, belanglos. Ich sitze hier mit meinem besten Freund und helfe ihm in einer schwierigen Phase. Wenn das nicht real ist, was soll es dann sein? Millie, ich weiß, diese Welt ist nur ein Spiel. Aber dieser Ort und diese Leute sind alles, was ich habe. Danke, Guy. Wer ist dieser Guy? Diese schillernde Figur aus dem Videospiel Free City macht auf sich aufmerksam, indem er den guten Jungen spielt. Wer ist Blue Shirt Guy? Sie haben vollkommen recht. Wer ist er oder sie? Das weiß keiner. Dieser Loser versaut das Spiel, Mann! Er könnte auch der gottverdammte Arnold Schwarzenwälder sein. Terminiert ihn. Wir machen das gut. Guy, in zwei Tagen wird das Spiel abgeschaltet. Du, die ganze Stadt, alles wird verschwinden. Vielleicht können wir das verhindern. War das cool? Es hat sich cool angefühlt. Wir können unsere Welt ändern, aber wir müssen zusammen kämpfen. Ich weiß nicht mal, was hier abgeht, aber ich liebe es! Das ist das erste Mal im Leben, dass ich ein Auto fahre. Das hättest du früher sagen können. Ja! Free Guy. Ihr liebt den Blue Shirt Guy! Danke! Vorsicht, da kommt ein... Die waren ziemlich nett.